Die Pulsoxymmetrie ist eine einfache Methode, um die Sauerstoffsättigung im Kapillarblut auszumessen. Die Messung erfolgt über einen Sensor, der an einem Finger, am Ohrläppchen oder einer Zehe angebracht wird. Das Gerät misst den Anteil des mit Sauerstoff geladenen Hämoglobins. Die SpO2-Kurve bzw. der Messbalken gibt auch Auskunft über die Qualität der Messung.